Hallo, in diesem Video nur ganz kurz ein kleiner Hinweis. Jeder PC hat in der Regel ein Netzteil und manchmal stellt sich die Frage, ob man dem eigenen Netzteil zu viel zumutet oder, wenn man ein neues kauft, wie stark sollte das Netzteil sein? Natürlich gibt es entsprechende Angaben auf dem Netzteil. Das Problem ist allerdings, dass viele Nutzer gar nicht wissen, wie viel Power denn dem Netzteil abverlangt wird. Dazu ein Link bringt Sie zu bequiet.com, welche einen Netzteilkalkulator bereitstellen, mit dem sich der Stromverbrauch auf Ihrem Rechner ganz einfach feststellen lässt und Sie dann mit den Werten Ihr Netzteil perfekt auswählen können. Link, wie schon gesagt in der Beschreibung, bringt Sie auf die Seite hier einfach ein bisschen nach unten scrollen. Da können wir nämlich hier die entsprechende Konfiguration angeben. Werde ich hier mal durchspielen. Also nehme ich jetzt mal ein Intel 1151er Sockel. Prozessor ist ein i7, 6, 7K. Grafikkarten nehmen wir da mal zwei. Von AMD nehme ich die jetzt einfach mal. Wo ist die Grafikkarte Radeon? RX 480. So, nehmen wir beides mal die gleiche. So, wie viele SATA-Anschlüsse haben wir denn da? Also ich nehme mal zwei Grafikkarten, äh, nicht zwei Grafikkarten, zwei Festplatten und ein CD-ROM-Laufwerk. Nehmen wir jetzt einfach mal. So, das alte P-ARTA haben wir nicht mehr drin. Arbeitsspeicher, wir benutzen auf jeden Fall alle vier Bänke. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das Mainboard hat vier Bänke. Lüfter, naja, haben wir auch bestimmt drei drin. Wasserkühlung nehme ich aber nicht. Dann soll der Rechner übertaktet werden. Nein, soll jetzt erstmal nicht übertaktet werden. Am Ende einfach hier auf Berechnen klicken. Und schon bekommen wir den entsprechenden Wert angezeigt. Wenn es mir nur um den maximalen Strombedarf geht, dann kann ich jetzt hier eigentlich schon Schluss machen, denn den kann ich hier schon ablesen. Wenn man jetzt sagt, okay, und was hat BeQuiet da? Dann kann man die Daten hier noch entsprechend verfeinern, zum Beispiel, dass man sagt, für mich ist Laufruhe ganz besonders wichtig. Eben entsprechend angeben, dann bekommen wir darunter die entsprechenden Vorschläge. So, was wir jetzt hier daraus lernen können ist, wenn wir also jetzt 509 Watt im Maximum verbrauchen, ja, dann gibt es dann hier die entsprechenden Netzteile und ich würde jetzt wahrscheinlich kein Netzteil nehmen, das 550 Watt bietet. Ja, das wäre natürlich ausreichend, also 550, offenbar über 509. Allerdings das Netzteil würde die ganze Zeit mit 93% Last arbeiten. Also so ziemlich am Anschlag, was relativ logisch ist, denn wir sind ja hier mit kurz vor 550. Wahrscheinlich ist da das hier mit 97%, 150 Watt wesentlich besser. Da läuft das Ganze nur auf Zweidrittel Last. Sieht man dann hier auch schön an der Grafik. Das hier aber alles noch im grünen Bereich. Ja, hier verlassen wir den grünen Bereich dann wieder. Insoweit, das würde ich dann wahrscheinlich einfach mal empfehlen. Ist also ganz sinnvoll, das vorher mal zu prüfen, auch um sich davor zu schützen, dass man sich ein Kraftwerk in den Rechner einbaut, das man gar nicht braucht und das sich dann in der Gegend rumlangweilt. Eine normale Rechnerkonfiguration, die kommt da wahrscheinlich schon eher mit 330 Watt aus und da reicht dann ein 500 Watt Netzteil. Da muss man also nicht den 750er nehmen, mit Fluxkompensator direkt eingebaut. Also einfach mal prüfen, für die, die das brauchen können. Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF,